Das sich DSV Steinbach-Haiger vom Trainer Matthias Mien getrennt hat, ist bereits bekannt. Wir haben mit dem Geschäftsführer des DSV, Matthias Georg, über die Entscheidung gesprochen. Chef der Position ist für den Verein die entscheidende Position und eine sehr, sehr wichtige Position. Deshalb ist es natürlich klar, dass es Turbulenzen gibt, wenn da eine Veränderung vorgenommen wird. Vielleicht war es auch nicht für jeden von außen sofort nachvollziehbar, weil insgesamt die Saison jetzt keine schlechte ist, auch mit der Punkteausbeute. Lässt man die letzten Spiele weg, dann war es sicherlich eine sehr, sehr erfolgreiche Saison bisher. Nichtsdestotrotz haben wir im Verein entschieden, nach der Gemengelage, wie wir die Mannschaft sehen, wie wir die Entwicklung sehen, dass wir einen neuen Impuls benötigen. Wir haben uns die Entscheidung nicht einfach gemacht, weil Matthias Mienke ein Trainer ist, der hier sehr, sehr große Verdienste hat, der hier sehr, sehr gute Arbeit gemacht hat. Und dann überlegt man sich das natürlich über einen sehr langen Zeitraum. Und haben dann in aller Ruhe gemeinsam mit dem Vorstand entschieden, dass wir glauben, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, Platz für einen Nachfolger zu machen, der dann auch die neue Saison mitplant. Wie sieht dann jetzt die Marschroute aus? Es ist immer extrem schwierig, auch für einen neuen Trainer, der Hauptverantwortlich an der Linie steht, jetzt sofort Wunderdinge zu bewirken. Das geht nicht von heute auf morgen. Das gilt sowohl für den Frank Döpper und den Bernd Schäben. Das gilt aber auch für den möglichen Nachfolger. Deshalb lassen wir uns natürlich jetzt Zeit, weil wir natürlich auch überlegen müssen, wer ist der passende Kandidat? Wer kann jetzt an dieser Stelle den Verein nochmal einen Schritt weiter bringen, die Mannschaft einen Schritt weiter bringen? Da werden wir jetzt die nächsten Wochen abwarten, wie die Gespräche mit den Kandidaten verlaufen. Und dann werden wir entscheiden, wann der neue Mann anfängt. Aktuell tendiere ich dazu, dass der Kandidat dann erst im Sommer dazu stößt. Ist aber ganz wichtig, dass er rechtzeitig auch eingebunden ist in die Personalplanung. Deshalb sind wir natürlich jetzt sehr intensiv auch am Sprechen. Jeder Verein wünscht sich einen Fußball, der aktiv ist, der Zuschauer begeistert, der erfolgreich ist, der Tore verspricht. Das sind natürlich letztendlich auch Phrasen, weil entscheidend ist dann auf dem Platz, wie sich der Gegner verhält. Aber klar ist, dass wir jetzt aktuell auch als Verein glauben, dass wir jemanden brauchen, der ein neues Feuer entfacht. Sowohl bei der Mannschaft als auch im Verein. Und da muss das natürlich ein Trainer sein mit einer gewissen Ausstrahlung. Da muss das ein Trainer sein, der große Qualitäten darin hat, auch eine Mannschaft zu erreichen, eine Mannschaft und einen Verein hinter sich zu bringen. Und da werden wir jetzt genau hinschauen in den Gesprächen mit den Kandidaten, wer dieses Feuer mitbringt. Aber wer natürlich auch in der Vergangenheit schon gezeigt hat, dass er auf dem Niveau arbeiten kann. Alles klar, dann warten wir ab. Danke für die Infos und wir schauen, was passiert. Dankeschön.